Musik Herzlich Willkommen bei RoboShaft. Ich möchte gleich in einem meiner ersten Blogs heute über eines unserer schwierigsten Themen reden, über Rasenroboterqualität. RoboShaft ist jetzt einer der größten Fachhändler Österreichs und wir haben, wie ihr hinter mir von der Aufstellung seht, mittlerweile eine beachtliche Roboterflotte erreicht. Wir haben alle namhaften Hersteller im Programm und wir mischen uns immer tiefer in das Thema Qualität ein. Und die Gründe dafür, die möchte ich wirklich schonungslos und ehrlich beibringen. Ein Rasenroboter ist eine Investition, die euch länger beschäftigen wird. Ihr werdet jeden Tag heimkommen und ihr werdet das Ding entweder in der Ladestation vorfinden oder ihr werdet ihn irgendwo vorfinden, weil er irgendwo in der Ecke hängt und nicht mehr funktioniert. Oder es schaut gleich der Nachbar über den Zaun und wird sagen, was für Klumpet hast du denn da Kraft? Schau, wie dein Rasen ausschaut! Ja, wir arbeiten mit, wie ich schon gesagt habe, allen Herstellern zusammen. Und ich kann euch versichern, alle spielen die gleichen Spielchen. Alle! Es gibt von der höchsten Qualitätsstufe angefangen, wo ich mit Metallteilen in den Komponenten wirklich unglaubliche Leistungen bringe, bis hin zur China-Qualität, wo das Ganze in Plastik verschraubt ist. Das schauen wir uns gleich später im Detail an. Wirklich von allen alles im Programm. Es hängt oft einmal an ganz kleinen Details, wie an dieser Thermodächtung, ob euch der Roboter glücklich macht. Und da sind wir noch nicht einmal bei der Installation und ob das Ding richtig ausgesucht ist. Wir fahren mit manchen Dingen 40% Steigung, mit manchen schaffen wir gerade einmal 5%. Der Hersteller sagt immer 40%. Warum haben wir das Qualitätsprogramm von RoboShaft mit einem richtig großen Aufwand ins Leben berufen? Und glaubt mir, das ist wirklich Aufwand, hier bis ins Detail zu gehen. Das ist unmöglich für einen Leiden auf dieser Ebene. Das kostet uns Stunden und das kostet uns Tausende von Euro. Wir müssen uns anschauen, wer hat denn da die Komponenten geliefert und wie schauen diese Komponenten aus. Ihr werdet es alle von euch, die auf der Suche nach einem Rosenroboter waren, finden an und dieselbe Maschine. Schaut gleich aus, schaut komplett gleich aus. Einmal um 990 Euro, dann um 1300 Euro und irgendeiner hat 2500 Euro im Programm. Und der Roboter schaut aus, wie es ist. Also gleich vorweg, auch wenn ihr euch diesen sehr langen Film nicht im Detail anschauen wollt, gibt es an sich sicher. Das ist nicht das gleiche. Wer glaubt, dass er um 900 Euro denselben Rasenroboter kriegt, wie um 2500 Euro bei irgendeinem anderen Händler, der ist am Holzweg. Das gibt es nicht. Ich habe von einem der Hersteller, der Hersteller ist Suheti, einer der größten Rasenroboterhersteller am Markt und einer der ältesten am Markt, 75er, 85er Modelle ausgesucht. 1, 2, 3, 4, 5. Und natürlich hat Suheti eine Palette von höchster bis niedrigster Qualität. Je nachdem, was man als Kunde dann auch bestellt. Da haben wir ein Modell, das war vor kurzem beim Discounter. Ja, der Roboter hat von 400 bis 1.800 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viele davon noch am Markt sind. Bei uns im Service sind viele aufgeschlagen, wo du nichts mehr damit tun kannst. Wer das verfolgt hat, ein bisschen eine spannende Geschichte. Bis hin zu unserem RSX Traction, wo wir schauen, dass wir die High-End Antriebe verbauen. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Radl antragen. Ihr hört es da, ein Rasenrobotergetriebe der Spitzenklasse. Das heißt, wir haben dreistufige Planetengetriebe entbearbeitet, so wie es sich gehört. Gedichtet mit Silikon- und Gore-Tex-Dichtungen. Alles europäische Komponentenakku von Panasonic. Wenn wir ein bisschen weiter da nach hinten schauen, durchaus gut. Also für kleine Grundstücke absolut ausreichend. Wird funktionieren, auch nach Stahlgetriebe. Aber es ist halt unter anderem in der Bearbeitung ein bisschen gespart. Der Antrieb ist nicht mehr neodym wie da, sondern hat ein bisschen abgespeckt. Ja, und unser Freund da hinten ... Ha! Kuchen wir uns das an? Da sind Plastik-Zahnradl am Werk. Alles das Gleiche. Das heißt jetzt nicht, dass man das Teuerste kaufen muss, überhaupt nicht. Es muss einfach passen. Und da gehört Beratung dazu. Wir wissen auf welchem Grundstück, was davon sinnvoll einsetzbar ist. Natürlich nicht nur zu hättig, auch all die anderen, die wir im Programm haben. Die Hauptmessage ist, lasst euch beraten. Qualität ist da wichtig, denn es hilft ein billiger Roboter gar nichts, wenn jedes Jahr 300 Euro und mehr Kosten anfallen. Und ein Haufen an Ärger oder man kann vielleicht überhaupt gar nichts mehr machen. Wenn es jetzt noch wirklich tiefer interessiert, mit dem gemeinsam anschließend wirklich ins Detail, zerlegen so ein Ding und schauen uns einzelne Komponenten an. Also, ich habe da einen Rossenroboter-Motor einer hohen Qualitätsstufe. Darf man dann auch, glaube ich, den anderen dazu sagen, das ist ein deutsches Fabrikat. Also der kommt aus Deutschland. Und wenn wir uns den einmal genauer anschauen, ist das schon ein sehr edles Teil. Wir haben vorne einen sehr massiven Radträger. Da werden die ganzen Radlasten hinein verlagert. Das heißt, das Rad sollte irgendwo halten, wenn der über Mulden fährt. Eine massivste Radaufnahme. Das ganze Teil da vorne ist Lagerung. Wir haben dann ein dreistufiges Planetengetriebe und hinten drauf einen Truschless-Motor, also bürstenlos. Ganz genau in einer Neodym-Ausführung mit Neodym-Magneten, um das Drehmoment auch entsprechend zu liefern. Ja. Und das Gegenstück dazu, das Rad. Natürlich in einer entsprechenden Ausführung. Das heißt, ich habe einen soliden Radkörper als Zellenrad. Ihr seht da die Schrauben. Das Ganze ist noch einmal zusätzlich verblendet. Da sitzt dann ein Dichtstitt, der diese ganze Edelstahl-Radaufnahme im Inneren dann auch vor Feuchtigkeit schützt. Und außen ist ein Radreifen verpresst, den man später auch jederzeit wechseln kann. Also es wird nicht das Ganze weggehört. So. Und da sitzt dann solide dieser Motor drin. In einer Verbindung, wie sich das gehört. Wenn ich da andere höre, wie das Ganze klingt. Also so sollte es in einer hohen Qualität ausschauen. Jetzt habe ich einen anderen Motor. Der bei uns nicht durch das Qualitätsmanagement kommt. Der einen ähnlich großen Rassenroboter betreiben sollt. Ja. Im Vergleich, wenn ich mir das ein bisschen anschaue. Weil auch noch einmal ein Gewichtsunterschied im Faktor 1 zu 2. Ich sehe eine Radaufnahme da vorne drauf, wo ich jetzt das Radl als Gegenstück habe. Das ist einfach ein Plastik-Scheiberl, wenn man so möchte. Mit einer Aufnahme, die mir dann da vorne drauf sitzt. Ja. Der Motor ist kaputt. Das Getriebe ist gebrochen. Das Radl leiert natürlich da aus und ist eine Verbindung, die wir grundsätzlich nicht gerne sehen, wenn sie sehr wohl bei sehr vielen Rasenrobotern aber eingesetzt wird. Dass das nicht die gleiche Qualität ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, nächster Punkt. Akku. Ist ein Kapitel, wo wir vielleicht ein bisschen genauer hinschauen sollten, weil das ein Teil ist, das euch ewig begleiten wird. So, nehmen wir uns den Burschen vor. Also, Gehäuse aufgeschraubt. Aus was sollte ein guter Akku bestellen? Nein. Also, wir haben einmal das Zellenpaket. In dem Fall von Panasonic. Die Akkuzellen unterhalb drinnen im Gehäuse verpackt. Dazu ist wichtig, die müssen eine hohe Qualität haben. Aber was noch wichtiger ist, die müssen richtig zusammensortiert sein. Also, einmal geladen, entladen, die Toleranz geprüft, zusammensortiert, macht 20 Prozent der Kosten aus. Die Schutzhaltung, die wollen wir mit diesem schwarzen Ding sauber geschützt. Das ist nämlich unser zweiter wesentlicher Teil eines guten Akkus. Schutzschaltung. Das heißt, jedes einzelne Akkupaket wird überwacht, wird entsprechend richtig geladen. Und da ist das Ganze noch auch vom Akkuhersteller in dieser Schaltung, wie hochgeladen, wie tief entladen, halbgeladen, wenn er lange nicht benutzt wird. So, und die Sachen entscheiden über die Lebensdauer. Zellenqualität, sind die Zellen richtig sortiert? Wenn die nämlich unterschiedlich groß sind, stressen sie sich gegenseitig und werden hin. Und ist die Schutzschaltung mit dem entsprechenden Know-how versägen, das überlasst man am besten am Vollprofi, nämlich dem Akkuhersteller. Und ganz draußen bleiben für unseren Rosenroboter zwei Anschlüsse und das Ganze funzt. Über das Ding rechnet. Das ist in einem Rosenroboter von einem Discounter. Da kostet der ganze Roboter 800 Euro der Akku. Ja. Keine Schutzschaltung. Zellen sind nicht einmal einzeln geladen. Pakete sind mit Plus Minus verschalten. Was soll das sein? Das ist nichts. Schauen wir uns an ernstzunehmenderen Gegner an. 6,9 Amperstunden, 6 Amperstunden. Das Gehäuse ist einmal ein bisschen anders. Die Akkuzellen sind da einfach verschwarzt. Das können nicht sogar die gleichen Zellen sein. Der gleichen Qualitätsklasse. Die sind nur sicher nicht sauber zusammensortiert. Und was ist der Hauptunterschied da? Diese einzelnen Kabel der Zellen sind außergeführt, wie ihr seht. Und der Stromanschluss ist außergeführt. Und das Balancing und Management des Akkus macht uns jetzt der Roboterhersteller. Ja. Der kann das nur nicht. Und die Lebensdauer ist einmal massiv unterschiedlich, wenn die Akkuzellen nicht geladen werden. Leider sind wir mit dem Akkupaket, weil die Zellenqualität und alles was selber auf die Schnauzen gefallen. Aber ist halt so. Also. Wenn man zu den Kosten kommt. 260 Euro. 160 Euro. 40 Euro. Ja. Ist halt auch was man kriegt. So. Kamera in Betrieb. Passt. Kaffee ist auch wichtig. Weiter geht's. Vorderrad. Die typische Sollbruchstelle. Ich fange wieder mit einer vernünftigen Ausführung an. Also das Ganze ist sauber gefertigt. Ist wirklich mit einem Lagersitz nach oben. Materialstärke völlig okay. Und innen, das ist jetzt ganz wesentlich gedichtete Lager, die in dem verschraubten Radl sind. Wieder einmal eine Variante, wie man es besser nicht machen kann. Gibt auch andere Lösungen, die mir echt gefallen. Da haben wir einen wirklich massiv gegossenen Radaufnahmeträger. Und haben ein Rad drauf, das auch super gelagert ist. Mit einer Gummilaufstelle. Und das Ganze wartbar. Funktioniert. Perfekt. Und dann wird's. Kommen wir ein bisschen in andere Möglichkeiten. Das Ganze vorne eine reine Plastikschale. Mit einem gebogenen Bügel. Ein bisschen verschnallt. Aber noch gar nicht schlecht. Dünner geht's auch noch. Tja. Das sind Punkte, die könnt ihr euch wirklich selber anschauen. Und da kann man ehrlich beurteilen, wie schaut die Qualität aus. Bitte auf die Details schauen. Ein schönes Häuschen hat bald einmal eine Kiste. So Leute. Jetzt haben wir erst über drei Sachen geredet. Und ihr werdet euch wundern, was wir für Preisunterschiede da abeinander haben. Schon in der Zwischenzeit. Aber kommen wir zu meinem Lieblingskapitel, das jetzt keiner mehr sieht. Das sind die Dichtungen. Dichtung und Gehäuse. So. Ihr glaubt ja nicht, was man da sparen kann. Mit welchen Auswirkungen. So. Das ist eine Silikondichtung. Ist im Grunde ein Silikon. Ein Körper, der permanent flexibel ist. Der weich bleibt und der ins Gehäuse eingelegt ist. Und das schaut so aus. Muss das ein bisschen auf die Seiten legen. Ein Gehäuse aus dem Querschnitt gezeichnet. Ungefähr so. Geht dann nach unten da irgendwie weiter. Und der obere Teil. Der obere Teil ist dann so drinnen. Von oben einer. Irgendwo da draußen ist das Ganze verschraubt. Damit es dann auch haltet. So. Und da drinnen liegt im Idealfall jetzt diese Silikondichtung. Die irgendwie so zusammengeprest wird. Und das Ganze permanent elastisch abdichtet. Weil das bewegt sich ja immer ein bisschen. Und so weiter und so fort. So. Die kann ich einfach weglassen. Koste in etwa 25 Euro. Weg damit. Und ich fülle da am Patzen Fett rein. Der dann irgendwann langsam mit Wasser da rauskommt. Ja. Und dann haben wir im Elektronikbereich Wasser. Ist die Konsequenz davon. So. Da haben wir noch eine wichtige Dichtung. Eine die eigentlich noch wichtiger ist. Und zwar eine Thermodichtung. Die ist aus einem ganz speziell hitzebeständigen Material. Nicht hitzeleitfähig. Schaut noch genau gar nichts aus. Kostet ein Schweinegeld. Die ist jetzt dafür gedacht. Auf dem Radmotor da vorne drauf zu sitzen. Und beim Einbau eine komplette thermische Entkopplung zum Gehäuse zusammenzubringen. 25 Euro. Kann ich einfach weglassen. Ja. Und ich nehme euch jetzt mit in die Werkstatt. Weil die Konsequenz schauen wir uns kurz an. So. Da ist heute kein Betrieb. Da habe ich jetzt das Opfer hergerichtet. Machen wir ein bisschen Licht. Und stellen das ein bisschen ins Licht. Ein Roboter den wir zur Reparatur reingekriegt haben. Wo genau diese Thermodichtung fällt. Und jetzt schauen wir mal. Dass ich das auch drauf bringe. Dass ich das wirklich so sehe. Ich probiere da mit der Kamera so richtig rein zu fudeln. Ja. Das Radl hat sich schwer draht. Und was ist passiert? Da drin ist heiß geworden. Ja. Und in letzter Konsequenz. Ihr seht euch. Da dreht sich der ganze Motor mit. Und in letzter Konsequenz. Ist das ganze Gehäuse aufgrund der thermischen Geschichte gebrochen. Ja. Haben wir 25 Euro gespart. Pro Seite. 50 in Summe. Reparaturkosten. Neues Gehäuse. 200 Euro. Gehäuse. 3 Stunden Arbeitszeit. Bis das wieder repariert ist. Brauche ich mehr dazu nicht sagen. Da sind schnell einmal 200 Euro eingespart. Zwischen diesen beiden Technologien. Zwischen dem und dem. Nettes bitte. Allein da. 100 Euro. Überhaupt kein Problem. Alle Räder gemeinsam. 120 Euro. Bin ich sehr konservativ unterwegs. So. Und bei den Dichtungen. Wie gesagt. Thermodichtung. Können wir weglassen. Zweimal. 50 Euro. Die Silikondichtung. Sagen wir 30. Also schreiben wir allein bei den Dichtungen. 80 Euro her. Die wir relativ schnell los sind. So. So da. Jetzt haben wir gerade über Motor, Akku, Räder, Dichtung. Jetzt haben wir noch nicht einmal über Gehäuse geredet. Wie schaut denn das heiß aus? Jetzt haben wir noch nicht darüber geredet, wie ist die Ladestation ausgeführt? Wie ist sie denn befestigt? Jetzt haben wir noch immer nicht darüber geredet, welche Qualität hat die Elektronik? Ist da irgendwas aus China verbaut? Oder haben wir Printplatten Leistungselektronik von Infineon drinnen? Sind wir ein paar Schlösser? Oder haben wir Bürstenantrieb? Rechnen wir nur einmal die vier Komponenten da zusammen. Und schauen wir, wo wir hinkommen. Ja. 500 Euro bei vier Teilen. Und wenn ich jetzt wirklich ins Detail gehe und mir das bis in die letzten Komponenten anschaue und konsequent spare, wo ich sparen kann an der Qualität natürlich. Da bringe ich 1.000, da bringe ich 1.200 Euro zusammen. Und wenn euch jetzt irgendwer erzählt, in irgendeinem Baumarkt dieser Welt, den Roboter, den sie dort stehen haben, mit 1.200 Euro, dass der das gleiche ist, wie etwas, was ein seriöser Fachhändler um 2.500 Euro verkauft. Und wenn das geglaubt wird, dann ist man Mahlzweig. Ganz ehrlich.